Jo, meine Leute, willkommen zum vierten Finale der DEL 2 Saison 2022-2023 Predictions. Alle Spieler live bei Spradetik. Los geht's. Heute um 19.30 Uhr, Spiel 5, Krefelder Pinguine gewinnen gegen Dresden heißt es 3 zu 2 nach Overton. Halbbrunner verhalten und da liegen dieselbe Wölfe 1 zu 3. Dann um 20 Uhr, Spiel 5, Ravensburg Tower Stars, unterlegt EV Landshut 2 zu 6. Dann Spiel 5, Eispiraden, Krimicau, verliehen gegen Bayreuth Tigers 5 zu 6 nach Penalty-Schießen. Dann am 26.3. Spiel 6, Dresden heißt es, und da liegen die Krefelder Pinguine 1 zu 7. Dann Spiel 6, um 17.00 Uhr, Bayreuth Tigers gegen Eispiraden, Krimicau. Das Ganze geht 7 zu 2 aus für die Bayreuth Tigers. Herzlichen Glückwunsch. Dann um 18.00 Uhr, Spiel 6, E.V. Landshut unterlegt Ravensburg Tower Stars 1 zu 3. Und um 18.30 Uhr, Spiel 6, selber Wölfe gewinnen gegen Halbbrunner Falken 3 zu 2 nach Overton. So, das war's vom 4. Finale mit den Predictions, der 10. DL 2, Saison 20, 22, 23, so. Lass mich, 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 lass mich. Aber gut, okay, ciao. Lass mich, lass mich, lass mich, lass mich.